so leute willkommen zurück hier der zweite loop von dodonpachi resurrection ich würde mal sagen wir springen mal direkt weiter und machen da weiter wo wir aufgehört haben im ersten part nämlich am ende davon das heißt wir beginnen jetzt wieder in level 1 und wie wir sehen ist das wasser einiges dreckiger die kugeln zahlreicher und ja definitiv da sehen wir es schon das ist das ist der zweite loop einiges schwieriger als der erste jetzt brauchen aber auch nicht mehr hingehen und irgendwelche sachen hier am anfang machen die nicht in den wagen geschrieben haben und jetzt heißt es so noch durchkommen überleben ballern 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 einsammeln extens und bomben safen für die spätere endschlacht und jetzt sehen wir mal einen normalen endgegner zwischen gegner tschuldigung endgegner am arsch das war gut das ist knapp das ist gekonnt das ist alles gekonnt leute alles gekonnt die kleinen kleinen blauen geschossen die sind die lang gezogenen blauen gehen ja noch aber der rest fuck ich hab die andere biene vergessen ich brauch doch noch bienen hier sieht man schon wie der endgegner hier jetzt abgeht wo er vorher relativ harmlos war und mich ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen mich überrascht ist wie gut ich durchkomme bumm dran gedacht direkt verkackt direkt die zweite bombe rausgehauen und der ist gar nicht erst dran denken gar nicht erst dran denken ja gib mir die punkte gib mir die punkte dankeschön bedenkt der mann hier ok scheiß drauf direkt weiter direkt weiter oh yeah ich meine mal die extra punkte dafür dass ich nicht getroffen wurde also kein leben verloren habe getroffen wohl nicht aber eben kein leben verloren ich bin echt gespannt ob ich das hier auch bis bis zum finale noch schaffe alles aber sollte es nicht gehen eben haben wir den panzer gesehen jetzt sehen wir diesen anderen gegner der mich direkt auslöscht ja und nur weil ich keine autobomb mehr hat ist auch kein ding ich habe ja noch genug leben und bekomme auch gleich ein weiteres extend wieder das heißt dass ich dann wieder auf fünf leben bin ich habe schon gedacht das kann nicht lange gut gehen ne ne das ist ok ok jetzt jetzt lasse ich mich hier auseinander ich habe schon gedacht das kann nicht lange gut gehen auseinander bringen es reißt mich innerlich auseinander nice ja schick die bellen kommen echt schneller und echt fieser also es wird immer immer krasser sich dazwischen durchzuschlängeln ich finde es auch super cool dass man hier trotz anfänger modus die möglichkeit hat in den zweiten loop zu kommen in den true end boss noch zu sehen also finde ich eine schicke sache wie gesagt für einsteiger für leute die anfangen wollen es irgendwie wie nahe die kugel kommen das ist unglaublich die die hingehen wollen und vielleicht noch das war schick ich kann dir keinen satz beenden ohne ohne über mein eigenes durchkommen zu staunen wobei für anfänger in dem genre ist es echt schön zum reinkommen also ich bin auch wie gesagt kein profi wenn ihr anfänger seid lasst euch nicht nicht abschrecken was bullet hell und so weiter angeht man hat in dem spiel hier echt gut möglichkeiten durchzukommen ohne ohne großartig profi zu sein also ich finde es ist neben ushi masama auch eines der leichteren games von cave ich habe das Gefühl nein nein ich werde es nicht aussprechen nein ich werde es nicht aussprechen ich hatte keinen keinen hyper mehr jetzt werbe ich aber auch mit bobs um mich obwohl ich sie nicht mal werfe dick den laser 0 level 3 kein thema die werden richtig wie zu kleinen blauen in meinen augen die schrecklichsten geschosse ist auf der level den ich im Aaron-Spiel-Mode hier, glaube ich, mit am meisten gespielt habe, was echt fies zu schaffen war, weil man da einiges an Punkten machen musste, richtig schwer da durchzukommen und da werde ich schon wieder getroffen, ist doch nicht fair Man zieht auch die, also man kann die die Schüsse auf sich lenken man hat Einfluss darauf wie die fliegen, teilweise nicht immer einfach ja, aber langweilig wenn es einfach wäre wenn man einen einfachen Shooter einen richtig einfachen Shooter spielen will sollte man was ist ein richtig einfacher Shooter? kennt ihr einen richtig einfachen Shooter? was ist das Einfachste, was ihr gespielt habt? und daneben was ist das Schwerste was ihr gespielt habt? ich glaube das Schwerste, was ihr gespielt habt war hier echt Sonon Pachi im Black Label Modus oder auch Muschi Misana auf Ultra alles was einen Ultra Modus hat und Bullet Hell draufsteht ist nicht leicht nicht ich allzu viel noch irgendwie dazu rede ich gehe mir Mühe habe ich das Gefühl ich komme glaube ich ganz gut durch sie in ihrem Outfit so ein Maid Outfit ich frage mich ob die irgendwo in einem Maid Café anzutreffen ist in Japan ah ich dachte ich stehe immer wieder eine Sache des Diskutierens hier richtig zu stehen Maid Café war mal einer von euch in Japan und hat sich bedienen lassen von so einer Madame die nehmen wir noch mit die canceln wir noch mal eben schnell trotz des Slowdowns wäre ich da nie im Leben durchgekommen glaube ich jetzt ist es auch schwer zu kämpfen jetzt ist es auch schwer zu kämpfen weil die Lasers Lasers mich beschießen destroy them with Lasers ich mag das System auch von dem von dem Laser dass man die zurückfeuern kann dass man generell davon angeschossen wird ist ein cooler cooler Gameplay Aspekt macht das Game interessant ich glaube ja sogar das Doron Pachi auch mit so ungefähr eins der ersten Spiele war oder das Game was die Serie die den gedruckt halten Laser irgendwie wirklich populär gemacht hat glaube ich zumindest irgendwie habe ich das nämlich immer nur in Cave Games gesehen allen voran halt die Doron Pachis die einem genau das abverlangt haben was heißt abverlangt gegeben haben die haben einem die Möglichkeit gegeben hier wird es einem abverlangt gegen gegnerische Laser zu bestehen da sind einige Kugeln dazu gekommen da sind ein paar mehr Kugeln dazu gekommen da muss man drauf achten wie viel mehr die Gegner schießen es sieht sich gut an Ah! Instant Karma! Instant... Fuckness! Fuck's sake! Oh fuck! Okay... Es wird wieder Zeit für den Extern. Es wird Zeit, dass ich hier... Backhammer wieder... Leben dazu bekomme, weil... Level 4 heißt, es ist nicht mehr weit bis Level 5. Level 5... Fickt... Einen... Hart! Fickt einen Hart! Und ich flieg in die letzte dicke blaue Kugel! Er ist doch scheiße! Ah! Die! Goddammit! Obligatorisch einen Zwischenboss vor dem richtigen Boss das ist... Nach dem Messer hier noch... Oh Gott! Oh Gott! Zeit! 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 Da kommt noch einiges auf einen hinzu... Und man wird belohnt mit einem... Golden Shower! Nein! Okay! Vergessen was ich eben gesagt habe... Die Gegner können einen auf jeden Fall... Killen! Es war irgendein anderes Game... Wo die Gegner einen scheinbar... Boah! Der war auch wieder... Unter... Unverclosed... Ja! Die... Dicken Dinger! Stark! Sagt euch auch immer... Dann... Wenn ihr den Hype-Up voll habt... Wann ihr ihn da einsetzen könnt... Ist jetzt gesagt... Und weil... Man kann einfach nicht... Permanent oben... Auf diese Mini-Anzeigen achten... Man hat auch noch andere Möglichkeiten... Hätte ich vielleicht auch mal vorher einstellen können... Aber irgendwie... Ich achte da sowieso nicht drauf... Ähm... Was... Äh... Wie hoch euer... Äh... Kombometer ist... Wie viel... Äh... Dings ihr habt... Wie viel Hyper-Power... Und dergleichen... Könnt ihr alles einstellen... Könnt ihr dann oben rechts... Unten links... Etc... Euch in die... Äh... Seite hauen... Wenn ihr dann mal... Gerade nicht... Auf Vollbild spielt... Weil ihr habt die Möglichkeit... Wie bei jedem... Guten... Guten... Äh... Vertical-Shooter... Könnt ihr hingehen... Euren Fernseher auf die Seite drehen... Und in Vollbild zocken... Richtig geil... Ich brauch da... Ich brauch da immer noch... Äh... Ne... 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 Edi.... Damit ich dann... Die Games hier auch... Wirklich auf... Vollbild spielen kann... weil das... Schockt... Einiges mehr... Und ihr habt halt auch... Definitiv... Einen besseren Überblick... Weil der kleine Bildausschnitt ist ... Einfach nicht... Nicht das wahre... Muss man einfach eingestehen... Ich sitze auch mal relativ nah... Vorm Bildschirm... Da wollte sie mich von hinten wickeln. Nichts saft, fick ich dich! Nein, wahrscheinlich eher weniger. Du bist minderjährig. Und ein Roboter, warum soll ich dich... Nein, 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 danke. Okay. Level 5. Wie sieht's aus? Oh. Ich hab gut Leben. Nice. Nice, das... Das kann doch werden, Jungs. Und Melz. Ja, nein! Habt ihr's gesehen, ey? Da war genug Fläche frei, um durchzuhuschen. Aber nur, wenn ihr den Laser... halt das Gedrückthalten weglasst... und dann da so durchkommt, dann seid ihr halt schneller. Als wenn ihr den Laser gedrückt haltet, seht ihr? Zack. Aber das kostet einem natürlich dann das Leben. Ah ja, ah ja. Jetzt schießen die Laser auch noch hier... aus den Seiten. Fies, fies, fies. Fieser Dodon Achi. Was soll ich sagen? Wie war der Name nochmal? Angry Leader B... Resurrection? Das ist glaube ich nett, das geht nur noch. Angry B Leader. Ja. Ah! I get angry. Uh! Uh! Wie auch immer ich da durchgekommen bin, das war mehr Glück als Verstand. Sowas von... Hat die Punkte, hat die Punkte, aber... Leider nein. Nein. Ah ja, genau. So kann man natürlich auch viel mehr, weil... wenn ihr mehr Schüsse auf dem Bildschirm zaubert... und die Gegner halt auch viele Schüsse auf dem Bildschirm haben... äh... könnt ihr das Game da natürlich auch so zu Slowdowns zwingen... und äh... euch damit die Möglichkeit zum Durchhuschen durch die Kugelwellen... Ah! What the fuck? Certifier... ähm... könnt ihr euch... mehr Zeit verschaffen... Und das war einfach nur fies... Ja, da sitzt... echt die... beschissenste... Situation im ganzen Game. Aaaah! Das ist einfach... einfach hardcore... Sieh mal, wie schnell die Crew da anrasen wird. Bin ich schon auf den Look, den Style drauf eingegangen, wie absolut eklig geil dieses Game aussieht. Hammer cool, hammer cool. Hat zwar keine grob erkennbaren Sprites, wie zum Beispiel die ersten Doronpachi-Teile. Das ist schon sehr auf High-Resolution-Grafik getrimmt. Ich finde, es sieht immer noch absolut direkt die Falle. Seht euch an, wie schnell das alles auf einen zukommt. Schnell wieder einen Laser aktivieren, damit man nämlich nicht von den Lasern getroffen wird. Das ist Captain Reaction. What damn. Nein, hätte man nicht tun sollen. Permanent den Laser gedrückt halten, Leute. Wenn nicht hier wandern. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Jetzt kommt gleich noch das mit den... Nein! Mit den Laser-Barrieren, wo man von rechts nach links durchschwebt. Ich hätte auch mal ein Ultra zünden können. Zack. Ich bin mir sicher, dass man den Piper auch noch mal canceln kann, aber... ...frag mich... ...hinten... 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 Ich kann Eicheln. Und Gönle. Nooo! Aber wohl nicht zu viel. Okay, es ist gleich so weit, dass man am Ende von Level 5 hat es wieder nicht einfach gemacht. Das ist das Stichwort heute hier. Nicht einfach. Yeah. Okay, guck mal, ich hätte es auch mit meinem vorgegebenen Leben schaffen können. Ich wollte es unbedingt das Let's Play, weil man schon einige Leben verliert, so haben, dass ich genug in der Hinterhand habe, um Euch den zweiten zu zeigen. Und den True End Boss, der in meinen Augen einer der geilsten ever ist. Das Design. Hammer. Hammer genial. Extend. Schon wieder. What the fuck. Wie viel Extends ich hab, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus das, was ich habe, 7. 7 Leben. Sollte mir noch möglich sein, damit den Endgegner zu machen. Nicht den hier. Natürlich den auch, aber scheiß die Wandern. Okay. Okay. Going full Hyper. Hyper Hyper. Hyper Hyper. Okay, da ist mein Hyper vorbei. Und... Shit, da will man auch direkt schon wieder gezopfen. Egal, das Hitmeter läuft. Nee. Sollte nicht sollen sein. Da war's noch 6. Ah, ich hab' jetzt auch um einiges mehr an Bomben. Äh... Man fängt ja auch mit 3 Bomben... an. Alter Schwede. Und mit jedem Leben, das man verliert, bekommt man einen Bomben extra dazu. Eine Autobomb. Das ist jetzt allerdings auch wirklich von Nöten. So oft wie ich hier jetzt gerade getroffen werde. Yeah. Okay. Das war's mit dir, Chica. Oh nein! Was? Hahaha. Ich hab' nicht drauf geachtet. Ich dachte, ich hätt' sie gekillt. Ich dachte, ich hätt' sie gekillt. Nein. Sie zieht mir noch mal in der. Ich muss ab jetzt aber. Komm schon. Bevor du mir hier ein beichtes Böhmchen atmest, nehm' ich dir dein Leben ab. Okay. I want a golden shower. Shake, shake, shake. So. Wo ist der True End Boss? Die wollen sich verpissen. Warning! Na bitte! So. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, ich probier' ihn, glaub' ich, einfach mal ohne dass ich rede. Halt. Um, um, mal versuchen durch die Wellen da durchzukommen. Ich hoffe, ich hoffe, dass es was taucht und was bringt, dass ich mal nicht rede. Weil, äh. Alles klar. Ich probier' ihn mal. Ja. Ja. Fick das. Ja. Scheiß drauf. Okay. Ich bin scheiße. Ich bin hart scheiße gerade. Das ist recht, recht simpel gerade wieder. Aber, keine Bange, ich sterbe gleich schon wieder. Ich enttäusch' euch nicht. Siehste. Rausgezögert. Guck mal, der Hyper macht nichts gegen die Kugel. Nichts. Ich kann sie nicht canceln. Unglaublich, oder? Unglaublich, oder? Oh, shit. Ah, herrlich. Das ist... Das ist so gut. Die Dinger kommen jetzt auch gleich langsam auf einen zu. Und... Ah. Seht ihr das? Ah. Da wurde ich von den... von den Laser-Teilen getroffen, so. Aber man... man sieht permanent seinen... seinen Kern. Und kann sich... wirklich auch durchführen. durch diese große Formation... durchschlängeln. Weil man nur im Kern... wie in jedem Shooter... verbundbar ist. Huh. Nein. Übrigens, das ist der... große... große böse Bienen-Entgegner. Falls ihr es nicht seht. Der Kopf-Paretti. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sollte es das gewesen sein? Ich glaube schon. Ja. Das war's. Im höheren Schwierigkeitsgraden... hat sie nämlich noch... eine weitere Energieleistung. Soweit ich mich erinnere. Ich... ich hab's gesehen in Videos. Es ist unglaublich. Wie die Leute... das hinkriegen auch. Und das alles... meist... ohne ein Leben zu verlieren. Das ist schon... perverse. Muss es sein. Per... fucking... verse. Ja. Das war... Dononpachi Resurrection. Second Loop. Und... Yeah. Ich hoffe wieder mal... es hat euch Spaß gemacht... mir dabei zuzusehen... wie ich mich selber verfluche... dass ich es einfach nicht hinkriege... solche Spiele zu spielen... und dazu zu labern. hoffe trotzdem... dass ich euch... ansatzweise amüsieren konnte. Und wenn euch das gefallen hat... ey... gebt dem ganzen Ding hier... einen fetten Daumen nach oben und so. Und... zieht euch die anderen Parts... was Shooter angeht... von mir rein... weil... das ist einfach mein Lieblingsgenre. Ich hoffe... ich kann euch das auch ein bisschen näher bringen... und... euch dafür begeistern. vor allem weil... die Games... teilweise... sind recht günstig... so wie das hier... ein 10er oder so... kostet euch das... nehmt es mit... und... äh... versucht euch mal dran. Bullet Hell... ist auch nicht immer... abschreckend... es ist... es ist super... super faszinierend... spannend... reflex-trainierend... deswegen... Leute... haut rein... bedenkt fürs zuschauen... hauen sie! bei... Bis zum nächsten Mal.